Excellent Dog Pferdewurst, eine Minute Tee, liebe Reiko, hyperallergenes Nassfutter für Hunde. Die Excellent Dog Pferdewurst wird für wachsende Hunde aller Hunderassen empfohlen, die unter Allergien und Intoleranzen leiden und mit einer Ausschlussdiät gefüttert werden sollten. Bei Hundeallergiker und seinen Besitzern ist die Hundewurst sehr beliebt, weil hier auf die häufigsten allergieauslösenden Futtermittelbestandteile verzichtet wurden. Als Fleischkomponente wurde hier Pferdefleisch gewählt. Bei Hunden, die unter einer Futtermittelallergie leiden, haben es ihre Besitzer häufig sehr schwer, das richtige Futter zu finden. Der Markt für Allergikerfutter bei Hunden noch nicht so breit gefächert ist und man oftmals nicht richtig feststellen kann, worauf sein Hund eigentlich allergisch reagiert. Seine Fellnase auf fast alle Rohstoffe in herkömmlichen Futtersorten reagiert. Wie viele Hundebesitzer, die in tierischen Mitbewohner barfen, ist die Wurst eine ideale Abwechslung zur Urlaubsvertretung oder als Pferdenwurst oder als Leckerli beim Training. Für mehr Informationen über die Excellent Dog Pferdewurst, kontaktieren Sie einfach denjenigen, bei dem Sie das Video gesehen haben. Das war eine Minute Tierliebe.